Wer in Deutschland ein Verbrechen begeht, der wird vor Gericht gestellt und verurteilt. Schwieriger gestaltet sich das jedoch auf der internationalen Bühne, nämlich bei Straftaten, die im Auftrag eines Staates begangen wurden. Damit auch diese Straftaten, die zum Beispiel während eines Krieges verübt wurden, geahndet werden, wurde der internationale Strafgerichtshof eingerichtet. In diesem Video erkläre ich dir alles, was du über den internationalen Strafgerichtshof wissen musst und warum seine Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Völkerrechtsverbrechen nur begrenzt ist. Der internationale Strafgerichtshof ist ein ständiges und unabhängiges internationale Strafgericht mit Sitz in Den Haag. Er ist also eine internationale Organisation, jedoch nicht Teil der Vereinten Nationen. Mit dem römischen Statut nahm der internationale Strafgerichtshof seine Tätigkeit am 1. Juli 2002 auf. Hierdurch wird er befugt, über Personen zu urteilen, die wegen schwerster internationaler Verbrechen angeklagt sind. Dazu gehören die vier Kernbereiche des Völkerstrafrechts. Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen der Aggression und Kriegsverbrechen. Einmal kurz zur Erklärung. Bei dem Völkermord, auch Genozid genannt, wird darauf abgezielt, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu vernichten. Das kann aus religiösen, rassischen oder ethnischen Gründen erfolgen. Zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit gehören systematische Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Form von Folter, Deportation oder Verfolgung. Unter Verbrechen der Aggression ist die Anwendung von Waffengewalt gegen die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines anderen Staates zu verstehen. Also zum Beispiel eine bewaffnete Invasion in ein fremdes Staatsgebiet. Kriegsverbrechen sind Verstöße gegen das Völkerrecht, die von Angehörigen einer Armee an gegnerische Soldaten oder gegenüber unbeteiligten Dritten begangen werden. Beispielsweise Angriffe auf die Zivilbevölkerung oder der Einsatz chemischer Waffen. Jedoch hat der Internationale Strafgerichtshof bei den vier Kernbereichen des Völkerstrafrechts keine universelle Zuständigkeit. Damit er zuständig ist, gibt es einige Voraussetzungen. Denn der Internationale Strafgerichtshof dient nur als Ergänzung zu nationalen Gerichten. Das bedeutet, dass er eingreift, wenn die nationalen Gerichte nicht willens oder nicht in der Lage sind, eine bestimmte schwere Straftat ernsthaft zu verfolgen. Dieses Prinzip nennt man das Prinzip der Komplementarität. Doch nicht jedes Verbrechen kann verfolgt werden. Auch hierfür gibt es einige Voraussetzungen. Von dem Internationalen Strafgerichtshof kann eine Person nur dann verfolgt werden, wenn die Person Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates ist oder die Tat auf dem Territorium eines Mitgliedstaates begangen wurde. Als Mitgliedstaat des Internationalen Strafgerichtshofes gelten die Staaten, die das römische Statut ratifiziert haben und damit die Zuständigkeit des Strafgerichtshofes anerkennen. Derzeit sind es 124 Staaten, darunter alle Staaten der Europäischen Union. Wichtige Staaten wie die USA, Russland oder China sind hingegen nicht Teil des römischen Statuts. Denn während Deutschland und Japan zu den größten Unterstützern des Internationalen Strafgerichtshofs zählen, stehen die USA ihm kritisch gegenüber. Doch wie bei so vielen Sachen in der internationalen Politik bleibt auch der Beitrag des Internationalen Strafgerichtshofes eher wirkungslos, wenn nicht alle Staaten an einem Strang ziehen. Lass mich dir die Wirkungslosigkeit in der Strafverfolgung einmal an einem aktuellen Beispiel erklären. Im März 2023 erließ der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen im Rahmen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Aber warte, Russland hat das römische Statut doch gar nicht ratifiziert. Das ist richtig, doch trotzdem war die Anklage möglich, da ihm die völkerrechtswidrige Deportation von ukrainischen Kindern nach Russland vorgeworfen wird. Denn die Ukraine hat Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofes auf dem eigenen Staatsgebiet erlaubt. Doch wie du ja vielleicht schon mitbekommen hast, ist Putin immer noch auf freiem Fuß. Das liegt daran, dass der Internationale Strafgerichtshof keine eigene Polizei hat, die die Gerichtsbeschlüsse umsetzt. Es wird also nicht mal eben eine Spezialeinheit nach Russland gesendet, um den Haftbefehl zu vollstrecken. Ein solcher Haftbefehl hat also bei Kriegsverbrechern aus Nicht-Mitgliedstaaten lediglich symbolische Wirkung, als dass er tatsächliche Konsequenzen nach sich zieht. Und er schränkt die Freizügigkeit ein. Denn Staaten, die das römische Statut ratifiziert haben, sind dazu verpflichtet, angeklagte Personen an den Strafgerichtshof in Den Haag zu überführen. Sollte Putin also zum Beispiel nach Deutschland kommen, könnte er hier festgenommen und nach Den Haag überstellt werden. Eine Sache zum Schluss noch. Der Internationale Strafgerichtshof ist nicht mit dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen zu verwechseln. Beide haben ihren Sitz zwar in Den Haag, doch werden vor dem Internationalen Gerichtshof Konflikte zwischen verschiedenen Staaten verhandelt. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof können hingegen, wie du ja schon weißt, Personen aufgrund von Völkerrechtsverbrechen angeklagt werden. Zu dem Internationalen Gerichtshof habe ich auch noch einmal ein Video gemacht. Schaue da doch gerne einmal vorbei. Bevor jetzt noch einmal die Zusammenfassung kommt, tu mir doch ebenfalls den Gefallen und abonniere diesen Kanal. Du weißt nun also, dass der Internationale Strafgerichtshof ein ständiges und unabhängiges Internationale Strafgericht mit Sitz in Den Haag ist. Vor ihm werden Personen angeklagt, die gegen die vier Hauptverbrechen des Völkerstrafrechts verstoßen. Das sind Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen der Aggression und Kriegsverbrechen. Damit der Internationale Strafgerichtshof effektiv Völkerrechtsverbrechen verurteilen kann, müssten alle Staaten das römische Statut ratifizieren. Da das nicht der Fall ist, gelingt die Strafverfolgung nur eingeschränkt. Achso, und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, da mache ich noch mehr davon. Vielen Dank.